Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um verrückt nach Fixie und das ist die Geschichte eines Jungen, der eine Sexpuppe geschenkt bekommt, die daraufhin zum Leben erwacht und die spannende Frage, warum sollte man sich sowas im Kino angucken? Ich weiß es nicht. Warum habe ich Idiotin Film dann trotzdem geguckt? Wegen einer Szene, die in einer Vorschau permanent gezeigt wurde. Diese Szene habe ich ungefähr 20 Mal jetzt in Kinovorstellungen gehabt und jedes Mal tobt der Laden. Nämlich die Szene, wo der Kumpel, der Hauptfigur Dodi, an einer Theke steht, eine arroganze Ziege kommt an und er meint zu ihr, ne, langsam bin ich echt besoffen. Und sie meint, ja, das macht dich aber nicht attraktiver. Und er meint, nee, aber dich. Und das ist der Grund, ohne Quatsch, das ist genau der Grund, warum ich mir manchmal auch schlechte Filme angucke. Denn diese Szene hat in jeder einzelnen Vorführung, wo dieser Trailer lief, für tosendes Gelächter gesorgt. Und selbst wenn der restliche Film zum Kotzen schlecht ist, da ist diese eine Stelle und die funktioniert richtig gut. Und deswegen hat auch der schlechteste Film von mir meiner Meinung nach die Chance verdient, ihn geschaut zu werden, denn selbst darin kann man, und wenn es nur ein solcher Moment ist, so etwas entdecken. Aber, ich habe es in diesem Jahr schon einige Male gesagt, es gibt Filme, bei denen die Trailer gezielt gewollt vernebeln, worum es eigentlich geht. Und verrückt nach Fixie ist ein solcher. Denn die Geschichte eines schüchternden Jungen, der Abi macht und weil er so nett ist, keine Frau findet und dann eben kriegt er eine Sexpuppe, die zum Leben erwacht, die ist natürlich drin. Aber sie ist nicht der Schwerpunkt des Films, ehrlich. Der Schwerpunkt ist die Hauptfigur Tom und sein bester Kumpel, das ist eben der eben erwähnte Dodi. Die beiden sind Freunde seit Jahren. Durch die neue Frau an seiner Seite gewinnt Tom aber so ein wenig sozialen Aufstieg, hängt auf einmal mit den coolen Leuten ab und vernachlässigt seinen Freund. Im Zentrum dieses Films steht dieser Konflikt, diese Freundschaft mit den beiden. Und obendrein, da gehe ich jetzt so in meine persönliche Sparte, gibt mir einen Solo-Film nur mit dieser Figur Dodi. Das ist ein, nee, er ist nicht arrogant, aber er ist ein eigenständiger, ich scheiß auf alles Typ, der, und daran, das finde ich halt so klasse, der sich den arroganten Gestalten gegenübersteht und ihnen unverblümt und ungeschminkt seine Meinung und die Wahrheit ins Gesicht sagt. Das ist etwas, ich kann mich mit der Hauptfigur Tom sehr gut identifizieren, weil so wie er im Film gezeigt wird, das kommt in vielen Punkten an mich in dem Alter ran. Und Dodi mit seiner Art, sich in jeder Situation eigentlich tolerant und fair zu verhalten und dafür meistens dann sogar verlacht zu werden oder fertig gemacht zu werden. Dodi ist wirklich so, wie ich gerne gewesen wäre an vielen Stellen. Ansonsten ist der Film natürlich in vielen Punkten relativ naiv, aber, und jetzt kommt noch das Wesentliche, die Vorschau lässt das Ganze als schrägen Party-Film aussehen. Diese Szenen sind natürlich auch drin, aber wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf dieser Freundschaft. Und ich hatte jetzt aber fürchtet, dass das Ganze so ein Hi-Hi-Ficken-Ficken-Gag-Festival wird. 0,0. Da sind ein paar Anspielungen, die auf Sex aus sind, drin. Es wird natürlich auch einerseits versucht, so ein bisschen frivoles Klima zu schaffen, aber andererseits ist der Film, ich habe jetzt nicht geguckt, wie alt, ab wie viel, aber jedenfalls nicht so, dass man ihn groß mit nackten Brüsten oder sonstigen Körperteilen ausschlafieren kann. Deswegen ist das Ding einerseits gewollt frivol, auf der anderen Seite recht gezüchtig. Züchtig, ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten, der Schwerpunkt liegt nicht bei der Gummipuppe. Ich sage wirklich, die Person, die Figur an sich ist für mich auch schreiend uninteressant, einfach aus dem Grund, die hat eine unglaubliche physische Präsenz, die sieht toll aus, aber die trippelt immer so durch die Gegend und die kann nicht wirklich sprechen. Die macht nämlich nichts anderes als Dialoge oder Sachen, die man zu ihr sagt, einfach nur eins zu eins wiederzugeben. Das ist ein Running Gag, der kein Stück funktioniert und führt auch dazu, dass die Figur keine Gespräche führen kann und für mich keine Seele gewinnt. Im letzten Drittel kommt sie kaum vor und natürlich spoilere ich jetzt nicht, aber das finale Schicksal der Puppe könnte auch kaum liebloser sein. Dafür hat der Film etwas, wofür ich mich regelrecht bedanken möchte. Es gibt zwei separate Liebesgeschichten. Bei der einen, kann ich ein bisschen verraten, lernt Dodie in einer Diskotheke eine Frau kennen, mit der er sich so zögerlich annähert, mit der er sich nett unterhaltet. Und das andere ist eine Nebenfigur namens Mia, eine Krankenschwester, mit der die Hauptfigur Tom so ein paar Dialoge hat. Und ich sage mal so, bei der ersten Begegnung von Mia weiß man schon, worauf diese Figur ausläuft. Aber das sind so zwei kleine zarte Liebesgeschichten, die sind so echt, so ehrlich. Nicht filmmäßig übersteigert, sondern man hat ja jeweils zwei sympathische Charaktere, die aufeinandertreffen und einen Dialog führen und ein Gespräch führen, der ehrlich und wirklich wirkt. Ich kann das nie anders beschreiben. Deswegen halte ich unterm Strich fest, den Film wird sich kaum einer angucken, weil der Titel albern ist, weil die Vermarktung ist als Partyfilm-Brandmarkt. Und weil kaum einer hinter dieser blöden Geschichte von einer Gummipuppe, die zum Leben erwacht, einen Film erwarten könnte, der, wenn es auch nur kurze Momente sind, aber der ehrliche, ernsthafte und griffige Momente sind und im Kern ein gar nicht mal so unernstes Freundschaftsdrama ist. Das wird keiner erkennen. Ich sage es euch und bewerte den Film begeistert mit vier von fünf Punkten. Also es ist jetzt nicht die Revolution des deutschen Films, aber es ist ein Film, der gut aussieht, der perfekt sitzende Gags hat und als Grundgerüst eine solide Geschichte über zwei Freunde, die sich ein wenig entfremden und dann wieder zusammenfinden. Deswegen gute Empfehlung, vier von fünf Punkten. Lasst es mich wissen, wie ihr darüber denkt. Fandet ihr den Trailer gut? Habt ihr gelacht? Glaubt ihr, das Ganze ist riesige Scheiße? Das würde mich interessieren. Deswegen verratet es mir doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt mir wie immer auch gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.